Den Spielball steckte sich Superheld Sami Khedira unter das nasse gelbe Trikot, ein Andenken an seine erste Tripleta. Mit drei Toren hatte der Fußball-Weltmeister Juventus Turin trotz mehr als 60-minütiger Unterzahl zu einem furiosen 6 zu 2, 2 zu 1, bei Udinese Carl Zio geführt. Der italienische Rekordmeister verkürzte damit den Rückstand auf den SSC Neapel an der Tabellenspitze auf drei Punkte. Was für ein Spiel, sagte Khedira nach den fulminanten 90 Minuten im Stadio Friuli, mein erster 3-R-Pack, das ist zweifellos etwas Besonderes. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und ihre Reaktion. Nach einem Treffer von Stipe Pirika, 8, lag Piufe zurück, drehte dann aber das Spiel durch ein Eigentor von Sami, 14, und Khediras ersten Streich, 21. Dann aber sah der ehemalige Bundesliga-Profi Mario Manzuki Gelb-Rot, 27. Daniel Oglig für Udine aus, 47. Turin bangte. Udine aber verlor erst Riener-Louis-Dellnery wegen Mekaz, und dann die Linie. Daniele Rugani, 52. Erneut Khedira, 59. Schrägstrich 87., und Miralem Pjanik, 90. Nutzten dies aus. Drei Treffer waren Khedira zuvor nur 2008 in der Qualifikation zur U21-Europameisterschaft beim 6 zu 0 gegen Luxemburg gelungen. Und... Ich war mir vor Jamais ilusträgen, eheu.